Warte mal, wer ist das denn? Es hat geklingelt und oh, hey Freunde, schön, dass du wieder eingeschaltet hast und wenn du keine weiteren coolen Videos mehr verpassen willst, klick einfach auf Abonnieren und rechts daneben auf die Glocke und gib dem Video jetzt schon mal gerne einen Daumen nach oben und dann bist du auch ein Teil der Sandex-Army. Das würde mich sehr, sehr glücklich machen und Freunde, es hat gerade bei mir an der Tür geklingelt und deswegen würde ich sagen, wir gehen mal nachschauen und ich wette, Freunde, das wird sowieso Vitamine sein und wir öffnen die Tür und hey, hey Vitamine, wie siehst du denn aus, alles gut bei dir? Oh ja, mir geht's gut und dir? Ja, mir geht es auch sehr, sehr gut und warte mal, was ist hier los, was hast du denn gemacht? Hey, stimmt, mach doch mal deinen Kopf da durch. Achso, guter Scherz, ey, ist das zu Halloween? Mach doch mal deinen Kopf da durch. Hey, ja, okay, das war lustig, ey, du benimmst dich irgendwie ein bisschen komisch. Oh nein, alles gut. Okay, hey, warte mal, stopp, 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 okay, langsam ist es nicht mehr gut, aber sollen wir vielleicht mal zum Arzt gehen, weil, warte mal. Wir sehen uns später, tschüss. Hey, warte mal, was ist denn mit dir los und Freunde, was ist mit Vitamine los? Habt ihr das auch gesehen? Der hatte irgendwelche roten Augen und der will uns bestimmt Angst einjagen. Ja, 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 auf den Schoen falle ich nicht nochmal rein und warte mal, wo ist der jetzt hin? Hey, Vitamine, wo bist du jetzt wieder hingelaufen? Wir sehen uns später, bis gleich. Warte mal und hey, da bist du ja, alles gut bei dir? Hey, was warst du denn hier? Irgendwie, komm, wir gehen mal zum Arzt, das sieht irgendwie ungesund. Und, hey, das sieht ungesund aus mit deinen roten Augen, was du da hast. Oh nein, oh nein, 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 keine Sorge, wir verkleiden nur das Haus ein wenig. Okay, so langsam kriege ich ein bisschen Angst, Freunde, irgendwas ist hier gerade ganz, ganz faul und hey, sollen wir ein bisschen spielen vielleicht? Oh, spielen, ja, du versteckst dich und ich suche dich. Ja, okay, wir spielen Versteck-Spiel. Hey, oh, okay, okay. Dann hast du mein Frischfleisch. Warte mal, Freunde, was ist hier los? Irgendwas macht mir ganz, ganz Angst. Okay, ich bin schon versteckt. Versteck dich und wenn ich dich finde, bist du in meiner Suppe. Was redet der da für ein Unzill? Dein Bloß gut versteckt oder ich werde gleich wegschnitten. Nein, 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 ich hoffe, er sieht uns hier nicht und wir haben ein gutes Versteck hier und da ist der, Freunde. Oh, ich rieche Frischfleisch. Da bist du. Oh, hey, hey, okay, warte mal, oh, irgendwie machst du mir gerade ein bisschen, hey, Angst, alles gut? Okay, Vitamine, irgendwas ist gerade ganz, ganz komisch an dir. Nein, nein. Hey, wie geht's dir? Ja, mir geht es sehr, sehr gut, aber ich glaube, ich gehe mal lieber nach Hause. Oh, ja, wir, ey, wir wollten doch gerade spielen eigentlich. Komm, lass uns, warum ist dein Hausfund voller Blut? Hey, warte mal, das warst du doch gerade. Hey, Moment mal, was? Ich war hier überhaupt nicht. Oh, hey, Moment mal, was ist denn jetzt los? Beruhig dich, Vitamine. Oh Gott, oh Gott. Schnell, schnell, schnell in mein Haus rein und... Warte mal, die Tür ist verschlossen. Ja, warte mal, hast du die Tür zugeschlossen? Das durst du vielleicht hier? Hey, das ist mein Hausschlüssel und lass mich jetzt sofort in mein Haus rein. Ich komme doch nicht... Oh, okay, ist ja gut. Ja, ich freue mich schon. Ja, ja, Freunde, ich habe ein bisschen Angst. Schreibt mal unten in die Kommentare, was denkst du, was ist mit Vitamine los? Und wenn du mir dabei helfen willst, Vitamine wieder zum Normalen zurückzuverwandeln, dann lass dem Video genau jetzt gerne einen Daumen nach oben da. Das würde mich sehr, sehr freuen, weil irgendwas ist hier ganz, ganz komisch. Oh, kleines Hütchen, du warst nicht lieb. Hey, warte mal, was machst du? Der Papa aber wütend. Warte mal, hey, was machst du hier? Du bist nicht Vitamine. Wer bist du? Willkommen. Okay, ich komme ja schon mit. Wohin gehen wir denn? Oh, komm mal mit hier rein. Du bist vor. Ja, ich gehe ja schon von. Warte mal, Freunde. Reiter! Ah, okay, okay, ich gehe ja schon jetzt ganz, ganz vorsichtig. Wir gehen mal hier rein und wo sind wir denn hier angekommen? Oh, oh. Sollen die hier sein? Ja, stell dich doch mal dahin, bitte. Okay, okay, oh, ich stelle mich mal hier hin. Hey, Professor Doktor Vitamine, du musst noch einige Potensilien austesten. Warte mal. Hey, was machst du hier? Hey, okay, okay, was ist hier los? Was, Freunde? Och, ich kann hier nicht entkommen. Ich habe dich doch eh festgetackert. Bekommst du hier eh nicht mehr? Oh, ja, ich habe es gemerkt. Oh, Mann, ey, Mann. Was ist los mit dir? Du bist nicht mein bester Freund. Ich erkenne dich gar nicht wieder. Oh, warte mal. Wir haben doch hier noch einige coole Waffen. Wie gefällt dir denn das zum Beispiel? Oh, was machst du hier? Du bist doch komplett verrückt. Lass mich hier sofort raus. Warte mal, Freunde. Was ist das? Ich glaube, Vitamine ist verflucht worden von dem bösen Kürbisröbis. Hey, du musst dich dagegen wehren, Vitamine. Das bist nicht du. Hier gibt es doch noch einige Waffen, bestimmt, oder? Aber, oh, ich habe die Steine vergessen. Upsi. Oder ich tue dich einfach mit dem Todesabberschlag. Hey, aua. Das tut sowas von weh. Lass mich jetzt hier raus. Du, Vitamine, das machst du gut so. Oh, mein Gott, Freunde. Gut, Kürbisröbis. Nein, Vitamine wurde verflucht von bösen Kürbisröbis und er hat keine Kontrolle mehr über seinen Körper. Oh, was von dem Trank da hinten. Okay, Kürbisröbis. Hey, du musst damit sofort aufhören. Du musst dich kontrollieren. Ah, ouch. Das tut sowas von... Au, drei Herzen. Das tut weh. Nein. Oh, mein Gott, Freunde. Du musst mir helfen. Wie sollen wir aus diesem Raum entkommen? Like das Video jetzt, das wir schaffen, aus dem Horrorraum von Vitamine zu entkommen. Oh, Mann, oh, Mann. Hallo? Hä? Mama? Pssch, ganz leise sein. Mama nicht jetzt. Hey. Ich bin gerade beschäftigt, Mama. Warte mal, was ist denn da los? Bis später, bis später. Tschüss. Hey, hat deine Mami angerufen? Warte mal. Okay, okay, ja, ist ja... Ah, ouch. Weißt du, wie das weh tut? Hör sofort auf. Oh, was tut weh? Tschüss. Du Popitabine. Hör auf damit. Das bist nicht du. Dann suchen wir uns mal neue Aufgaben raus. Vielleicht können wir ja auch noch eine Granate auf die Fähne wehen. Nein, hör auf. Ah, das tut sowas von weh. Weh tun, weh tun, weh tun. Ich höre nur weh tun. Ja. Das ist richtig dolle weh. Okay. Nein, 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 mach es nicht, Vitamine. Du musst dich... Ah, kontrollieren. Wie erlägt ihr das? Oh, mein Gott, weißt du, wie geh auf. Der kleine Dr. Vitamine ist hier. Du bist doch... Ey, komplett verrückt, Freund. Wir müssen irgendwas unternehmen. Oh, oh. Tink, 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 tink. Nein, tink, tink, tink. Hör auf damit. Oh, wie gefällt dir meine Axt eigentlich, wenn ich fragen darf. Oh, das tut verdammt weh. Hör damit sofort auf jetzt. Hast du Angst, kleines Index? Oh, du böser Kürbisröbis. Was hast du mit meinem besten Freund Vitamine gemacht? Oh, yeah. Guck mal, was ich aus dir mache. Hier ist schon entforkelt. Oh, nein, oh, nein. Wir müssen hier sofort entkommen. Lass mich jetzt hier frei. Ich mach dich fertig. Aber wir haben doch noch einiges, womit wir spielen können. Guck mal, ich hab doch noch eine kleine Laser. Oh, nein, oh, nein. Schieß damit. Ah, nicht so fest. Das macht so viel Schaden. Oh, nein. Oh, klipp, klipp, klipp. Hör auf damit, ey. Oh, nein, oh, nein, ey. Das ist auch voll in meinem Kopf. Was soll das? Hör auf damit wieder. Los jetzt. Und noch ein Schuss auf mich. Aber jetzt kommen wir noch zu den coolen Sachen. Ich hab schon so viel Schmerzen, ey. Es reicht jetzt langsam. Pika, wir werden es lange nicht mehr überleben, Freunde. Wir müssen langsam irgendwas tun. Au. Aber weißt du was? Soll ich dir was sagen? Was denn? Jetzt komme ich zu meiner spezialistischen Aufgabe. Oh, Gott, ey. Zu deiner Aufgabe. Zu meiner Aufgabe von... Vitaminen. Nein, nein, nein. Du darfst es nicht zulassen. Meine Aufgabe ist, dich in 10.000 Einzelteile zu segeln. Nein, niemals. Du musst damit aufhören. Bitte, bitte, Vitaminen. Wir müssen irgendwas tun, Freunde. Wir haben nicht viel Zeit. Okay, wir brauchen irgendeinen Plan. Hier sind überall Kameras. Oh, nein. Schnell, schnell, schnell. Hey, okay, okay. Ist ja gut. Wir fangen dann mal an. Oh, nein, oh, nein. Und ich glaube, ich habe eine Idee. Vielleicht kommen wir irgendwie an die Kiste. Jawohl. Wir sind rangekommen. Schnell, schnell, schnell. Wir nehmen eine Waffe raus. Ja, und ein bisschen. Und da noch ein bisschen schnetteln. Und wir müssen es tun. Wir müssen ihn abschießen. Und... Ah, ganz, ganz schnell. Ich glaube, wir haben ihn vernichtet. So, jetzt hier abgehen. Und zack. Perfekt. Und schnell hier raus, Freunde. Oh mein Gott. Ich muss der Baum hier noch gefällt werden. So, schnell hier weg. Ah, Vitamine. Hey, was ist denn los mit dir? Warte mal. Hey, du bist wieder geheilt. Hey, ich bin wieder geheilt? Ich habe die ganze Zeit den Baum verschnitten hier. Sehr, sehr gut. Oh, Mann, oh, Mann, Freunde. Wir haben es zusammen wirklich geschafft. Vitamine ist wieder die alte, kleine, verrückte Orange, die wir alle lieb haben, ey. Und Kürbisröbes hat es nicht geschafft, Vitamine dazu zu bringen, mich zu erledigen. Das war nochmal... Oh, Wimper, was erzählst du da? Ich war hier die ganze Zeit nochmal. Ja, ja, ja. Das war nochmal Rettung in letzter Sekunde. Und dann würde ich sagen, Freunde, das war es mit dem heutigen Video. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Wenn ja, liken, abonnieren und die Glocke aktivieren. Und dann verpasst du auch keine weiteren coolen Videos mehr. Und dann bist du auch rein Teil der Sentex-Army. Schaut unbedingt bei meinem besten Freund Vitamine vorbei. Das wäre auch sehr, sehr cool. Und dann sehen wir uns morgen wieder bei einem neuen Video. Bis dahin. Tschüssi. Tschüss.